Der Maschinenbau hat eine lange Tradition. Eine lange Tradition sowohl in der Forschung, aber auch im Berufsalltag und von daher auch im Studium. Er gehört wahrscheinlich zu einer der ältesten Studien und Studienrichtungen überhaupt und wahrscheinlich auch zu einer der ältesten Professionen überhaupt. Woran liegt das? Maschinenbau hat einfach eine wichtige Bedeutung. Wenn wir uns unsere heutige industrialisierte Gesellschaft anschauen, ist diese in ihrer Ausprägung in ihren Formen ohne Maschinenbau nicht denkbar und nicht vorstellbar. Johann von Zimmermann war derjenige, der die Grundlage hierfür geschaffen hat, indem er die Idee hatte, von einer manuellen Förderung und Fertigung auf eine Fließbandfertigung, auf eine Automatisierung umzustellen. Und das bildete letztlich die Grundlage für den Maschinenbau und damit auch für den industriellen und für den technologischen Fortschritt so, wie wir ihn heute kennen. Die Grundlagen, dass wir heutzutage in der Lage sind, so große Stückzahlen in der Menge zu produzieren und herzustellen, wie wir sie benötigen. Das stammt letztlich aus dem Maschinenbau. Aktuell sind es über 6.000 Unternehmen, 6.600 rund, um genau zu sein, in Deutschland, die in der Branche Maschinenbau tätig sind. Überwiegend die sogenannten KMUs, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland darstellen. Über 95 Prozent all dieser Unternehmen im Bereich Maschinenbau gehören zu den sogenannten KMUs. Damit ist auch der Maschinenbau der größte Arbeitgeber in Deutschland und auch weltweit spielt er hier eine sehr, sehr große Rolle. Entsprechend bedeutsam sind natürlich auch die Maschinenbaustudiengänge an den Universitäten. Entsprechend attraktiv für die Studenten, was spätere Karrieremöglichkeiten angeht und natürlich auch entsprechend begehrt. Mehr als eine Million Menschen arbeiten im Maschinenbau in Deutschland und mehr als 33.000 neue Arbeitskräfte werden hier jedes Jahr eingestellt und diese decken ihren Bedarf überwiegend und in großer Zahl von den Universitäten. Nehmen Sie bekannte Unternehmen im Bereich Maschinenbau, deren Name wahrscheinlich jeder schon einmal gehört hat. Nehmen Sie Bosch, Festo, nehmen Sie MAN, nehmen Sie Heidelberger Druck, nehmen Sie Jungheinrich, alles große, bekannte und sehr, sehr traditionsreiche Namen in Deutschland. All diese entstammenden Maschinenbau sind im Bereich Maschinenbau tätig und aktiv. GWriters kann sie im Studium, im Maschinenbaustudium sehr, sehr intensiv und sehr, sehr umfassend begleiten. Denn die Maschinenbau-Ghostwriter von GWriters sind immer auf dem aktuellen Stand der Forschung und können sie unterstützen bei der Vermittlung und bei der Aufnahme von aktuellen Inhalten aus dem Bereich Maschinenbau. Und die sind gerade im Bereich Maschinenbau sehr, sehr vielfältig. Gerade das sieht man schon an der umfassenden Zahl und an der großen Zahl von Maschinenbau-Studienrichtungen und Studienarten, die es auch gibt. Nehmen Sie die technische Mechanik als Beispiel. Nehmen Sie die Automatisierungstechnik als Beispiel. Nehmen Sie die Werkstoffkunde oder die Werkstofflehre als Beispiel. Also selbst im Bereich des Grundstudiums, all diese Punkte werden im Grundstudium vermittelt, haben wir schon eine ganz große Breite. Auch im Hauptstudium, in dem der Studierende dann Schwerpunkte setzen kann, gibt es eine große Vielfalt und eine große Vielzahl von Studienrichtungen und Studienarten. Das ist der klassische Maschinenbau, aber auch im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen beispielsweise kann dann eine Vertiefung erfolgen. Im klassischen Maschinenbau können Vertiefungen erfolgen. Nehmen Sie als Beispiel den Bereich Luftfahrt, nehmen Sie als Beispiel den Bereich Chemie oder auch die Technikindustrie. Sie sehen also, auch hier gibt es eine unheimlich große Vielfalt und auch eine unheimlich große Spezialisierungsmöglichkeit. Und genau hier können die Maschinenbau-Ghostwriter von Gwriters Sie dann auch unterstützen, denn sie sind spezialisiert auf diese einzelnen Forschungsgebiete. Das gilt auch für das Praktikum. Dieses Praktikum ist häufig im Bereich Maschinenbau Pflicht. Auch hier kann ein Ghostwriter von Gwriters Sie als Coach unterstützen und Coach begleiten. Ob das jetzt auch bei der Erstellung von Arbeiten im Bereich des Praktikums ist oder auch im Einsatz bei dem jeweiligen Unternehmen. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Und gerade dieses Praktikum ist für einen Maschinenbaustudenten von ganz, ganz großer Bedeutung. Warum ist es so? Weil viele Abschlussarbeiten, man kann sogar sagen, die meisten Abschlussarbeiten beim Maschinenbau in den Unternehmen erfolgen. Das hängt damit zusammen, dass die Universitäten gar nicht die Breite an Laborkapazitäten haben. Und somit werden viele Abschlussarbeiten gemeinsam in Kooperation oder sogar für ein Unternehmen gemacht. Und das Praktikum ist natürlich eine sehr, sehr gute Grundlage dafür, die Kontakte schon zu dem Unternehmen zu bilden, hier dann die Abschlussarbeit zu machen und vielleicht später auch im Beruf dort tätig zu werden. Und von daher sollten Sie als Maschinenbaustudent gerade auf das Praktikum einen hohen Grundfokus legen und hier auch mit guten Leistungen glänzen. Und da kann Sie natürlich der Ghostwriter von Gwriters ideal unterstützen. Es gibt beliebte und sehr, sehr renommierte Universitäten im Bereich Maschinenbau. Das ist insbesondere das KIT in Karlsruhe, das ist die RWTH in Aachen, die TU München, die TU Darmstadt oder auch die FH in Kiel. Aufgrund der Spezialisierung auf das Thema Windenergie hat hier eine sehr, sehr große Bedeutung. Aber auch kleinere Universitäten wie beispielsweise die Universität in Esslingen hat hier einen sehr, sehr guten Ruf, was die Nähe der Automobilindustrie, die Nähe zur technischen Forschung und die Nähe zu den Zuliefererbetrieben zur Automobilindustrie erklärt. Sie sehen also, enge Verbindungen zwischen Forschung und Industrie sind im Bereich Maschinenbau ganz, ganz wichtig und von ganz entscheidender Bedeutung. Und das zeigt sich auch darin, dass jedes Jahr mehr junge Menschen Maschinenbau studieren möchten. Rund 100.000 Studenten starten jedes Semester neu und wenn Sie vorhin die Zahlen gehört haben, wie viele Arbeitskräfte jedes Jahr neu im Bereich Maschinenbau benötigt werden, dann ist diese Startzahl durchaus auch gerechtfertigt und steht für die Attraktivität auch dieses Studiengangs. Ein Maschinenbaustudium geht vergleichsweise lange, in der Regel zehn Semester, was auch wieder ein Zeichen ist für die Komplexität des Themas. Sie haben einen Bachelorabschluss, Sie haben einen entsprechenden Masterabschluss und sowohl innerhalb des Studiums als auch dann im Master breite Möglichkeiten der Vertiefung. Welche Technologie ist wichtig? Ein hohes mathematisches Verständnis ist wichtig und gerade hier können dann auch die Ghostwriter von GWriters im Maschinenbau Sie in idealer Weise unterstützen, weil diese einerseits das Grundlagenwissen mitbringen, andererseits aber immer auf dem aktuellen Stand der Forschung sind, was auch aktuelle Entwicklungen und aktuelle Themenstellungen im Bereich des Maschinenbaus angeht. Sie können Sie unterstützen bei komplexen mathematischen Projekten und Berechnungen, bei der Erstellung beispielsweise von technischen Zeichnungen, bei der Erstellung von Simulationen, bei der Durchführung von Fallstudien oder auch bei den klassischen Hausarbeiten, Referaten und Abschlussarbeiten im Bereich Maschinenbau. Dabei begleiten die Ghostwriter von Grundstudien, dass Sie sowohl im Grundstudium als auch dann später im Hauptstudium. Egal aber für welche Forschungsrichtung, für welchen Studiengang Sie sich im Maschinenbau entscheiden, an welcher Hochschule Sie Maschinenbau studieren, eins ist klar, Sie werden danach sehr, sehr qualifiziert ausgebildet sein, sehr, sehr umfassend auch ausgebildet sein und es gibt viele Karrieremöglichkeiten im Bereich der Industrie, die Ihnen nach dem Maschinenbaustudium offen stehen. Und die Ghostwriter von G-Writers begleiten Sie immer dann, wenn externe Unterstützung im Studium benötigt wird.